Klotzt nicht so romantisch! Der 24-jährige Bert Brecht hat über Nacht das dichterische Anwitz Deutschlands verändert. Haben sie dir unter Goethe und Schiller ja gerade noch einen Platz gelassen. Ja, ich bin der Nächste. Schreibst und schreibst und fühlst dich uns allen überlegen. Der Ausspruch, dass es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben, kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Recht. Es ist eine Enttäuschung. Ich bin nichts Besonderes. Das kann sich ändern. Die Paula? Steht's mit der? Paula muss bald zum Beichte. Unser Kind, das darf ihr nicht zu wählen. Ich bin eine Zigeunerin. Ich brauche jemand, der anders ist. Was will dieser Widerling von dir? Sag ihm, dass du jetzt zu mir gehörst. Denk ich an dich. So ein liebes Kiff. Recht. Steht die Mondwelt für die Nacht. Er will alle und alles. Das ist gut. Das riecht nach der Erde. 500 Vorstellungen in Berlin. Jetzt hast du die Stadt erobert. Wir sind jetzt im sozialistischen Deutschland. Wir arbeiten am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Bittrecht, das kommt von ganz oben. Wie ist es das wert? Wenn ich kein eigenes Theater kriege, dann baue ich hier ab. In diesem Land wird jeder Text von der Partei kontrolliert. Ich habe unterschrieben, nicht über den Fall zu sprechen. Polnische Offizier hat mir die Abschrift vertraulich zukommen lassen. Stalin ging den Weg des Terrors. Die es geheim halten wollen, haben recht. Man kann es nicht veröffentlichen. Wir sind nicht genau das, was sie wollen. Aber sie wollen nicht verlieren, was sie mit uns haben. Es war eine große Liebesbeziehung. Das hat alles sehr, sehr wehgetan. Das hat eine gute Zeit.